johannes auch heute eine runde und ja heute wieder meine erste runde und heute habe ich mit ein paar themen zu sprechen heute noch den siegten tor gewinnen oder welche formate oder spüren ich könnte gerne mit uns sagen und schreiten wir an uns mal in deutschland noch ein bisschen schreifend oder nicht alles ob okay und wir spielen heute gegen frankfung ja aber ich schütte halt mit ich bin alleine und ja ich bin ein bisschen ruhig mit oben oder was ich nicht was ist und irgendwer hat ja langsam merkt ich habe jetzt meinen Ablaufplan verkündet ich werde das gleich nochmal hören und ja den Ablaufplan lautet jetzt dass am Wochenende immer Samstag und Sonnstag Videos kommen alles klar und ähm an 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 er an an Prozent von mir und noch nicht vor Ort 3 und ja und vor Ort wenn ich will und man hat noch mal so alles noch und wenn wir wissen wollten ab an der Strecke nicht verhandelt okay ich habe alles gut war er und Gottesfrau aus oder und der weil er sich nicht immer mehr an zu sagen alles klar der reintritt das Haus ja da war ich noch an Marien richtig wenn ihr mal welchen den Mannschaften ein paar Pelle oder wenn ich noch alles aber auch noch ein Jahr und ich habe noch richtig aber aber alles klar was mache ich oder wir haben starten erster Stärken und dann starten nein und das wird ein Tor die Schiene und die Eichnung fast wieder da ist ja eigentlich macht wochen schon bald macht es mehr Spaß aber einfach ich hab auch einfach mal spielen und und ja heute reden wir ein bisschen bei YouTube YouTube hat Prozent wir reden bei Erfüllbar dass die Zeit das richtig gut gemacht ich hab's noch ein Blitz aber war es ist ein Teil die nun nach dem mit mir bin ich gleich ja oder nein aber keiner weiß warum und ja könnte ja alles sein okay haben wir vielleicht sind alle die Tümer einfach mal Eliminaten oder auch die Tüge seit dem Namen wollen einfach mit Geld hat ihn zu an und der Welt und er Zerstörungswaffen und da wird das richtig dafür scheiß ah Gott, ah, dann sieht die Runde für mich gut aus heute ne, ne, alle ah, alles klar als wir erschreiben, aber weiß keiner warum und ja ich hab gesagt, dass gestern nur ein kurzes Video kam, weil ich hatte keine Lust mehr so und bei berichtigen Tor wieder, wo das sehe ich auch grad vor nein, ich hätte gar nicht schießen können, aber er hat die Stachel, er hat die Stachel, aber ich verwöhne es nice uuuuuh ah, wird halt nicht bis zu nicht toaaah, nice und ja oder ich hab auch gern da ist Smart oder Reis, die zum Platz gehen sollt bleibt gerne in den Kommentar und ja dann werde ich immer auf GOMM schon geändert ich hab schon zwei Reiten voll die Leute, die ich nicht kenne und gestern hab ich noch einen Abonnent gebrochen äh, die heißt NOSGIL GERD die heißt die Größe gingen an dich raus oh shit oh shit er hat die Macheten auf oh aber vorhin das Tor darf man nicht oh das war so er hat es noch alles klar ach, dann war ich nicht weil allein gehen nicht ne wenn er darf äh ich habe ich das mal sagen einfach Problem ist, wenn ich mit anderen Leuten aufnehme, dann bin ich doppelt da oder irgendwie so. Das kennt der. Was macht der? Ein, nein. Ach shit. Und ja, da hört man sich in doppelt und weiß ich nicht, die Stimmung ist komisch. Und dann werde ich mir jetzt schon mit Audios TV aufkommen. Also. Äh, gut. Oh, gut. Nice, aber der war kommend nicht weit. Falt die Tore. Die letzte Runde war ja gut, aber... Da war in meiner Audio weg und die Runde wollte ich einfach nicht so hochladen, aber mir hat zu gefallen. Und ja, dann ist auch bei den Bundesländern. Alles klar. Und... Tor. Vielleicht schaffen wir heute noch die 10 Tore. Oh Gott. Wenn ja, das würde ich feiern. 10 Tore waren. Weil sonst hab ich ja schon fast immer verloren. Ich hab knapp gewonnen. Leid. Tor. Oh, noch ein. Dann haben wir die 10. Leid. Und Leute. Äh, mein Freund schaut ganz zu, oder weiß wie ich es jetzt hat. Im Profi. Ha, alles sagt. Und später ist nicht so lange noch wie ich. Und ja, ey, wenn ich jetzt noch 10 Tore schaffe. Oh, ey, das konnte passieren, Leid. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Und ja, den Kanal Tore, den hat nun ja auch euch gut gefallen. die sich gerade an die Leitungsleitungen das mit dem Bild mich auch einfach auch Gott aber heute 10 Tore alles klar nein nein als ob was hatte der für ein Glück es war jetzt bin ich ja schlecht und weiß gut jetzt bin ich schlecht nicht aber auch von mir ja erfahrt lustig die ich noch ein Tor die ich noch ein Tor nein und ja Leute wenn euch das Video gefallen hat lasst uns einen guten Aula und dann erst mal tschau GAY